Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die spinnt total. Die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen. Aber es war schon viel zu spät. Weißt du, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erst mal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahre. Ich kann's nicht. Ich kann mir den Job nicht machen, okay? Das fährt dir nach neun Jahren aus. Das fährt dir nach neun Jahren aus. Hallo. Hallo. Ich will mal die beiden Männer abholen. Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens um fünf Schluss. Das ist Nummer 2. Genau. Genau. Dvoil. Dvoil. Ja. Tschüss. Quipe.